Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die beschlossene allgemeine Impfpflicht in Österreich, denn diese könnte noch bevor es überhaupt richtig losgeht schon wieder auf Eis gelegt werden. Österreich führte nicht nur als erstes EU-Land eine allgemeine Corona-Impfpflicht ein, es könnte auch das erste EU-Land sein, das sie sofort wieder pausiert, ohne dass auch nur eine einzige Strafe ausgestellt wird. Wenn ihr alle Details erfahren wollt, dann bleibt dran. Nichts wurde in letzter Zeit heißer diskutiert als die allgemeine Impfpflicht. Sie ist das angepriesene Allheilmittel um in Zukunft die Spirale von Lockdowns, Beschränkungen und dergleichen zu durchbrechen, ebenfalls sei sie unumgänglich um die teilweise zu niedrige Durchimpfungsrate zu erhöhen, nur so könne nach Aussagen der Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Kritiker der allgemeinen Impfpflicht wurden in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Impfpflicht verfassungsmäßig gerechtfertigt und argumentierbar sei, weil alle anderen Mittel der Pandemiebekämpfung ausgeschöpft wurden und der Eingriff in die Grundrechte verhältnismäßig wäre. Der politische Wille soll mit aller Macht durchgesetzt werden, trotz teilweise erheblichem Widerstand von einem nicht geringen Anteil der Bevölkerung. Dieser Widerstand macht sich bereits auch in Österreich bemerkbar, denn während in Deutschland Politiker und Experten den Umfang einer allgemeinen Impfpflicht noch diskutieren, wackelt diese in Österreich schon bevor es überhaupt richtig losging. Seit gerade mal 3. Februar ist die Impfpflicht in Österreich in Kraft. Damit führte Österreich nicht nur als erstes EU-Land eine allgemeine Corona-Impfpflicht ein, es könnte auch das erste EU-Land sein, das sie sofort wieder pausiert ohne dass auch nur eine einzige Strafe ausgestellt worden wäre. SZ schrieb hierzu folgendes. Zitat Auch die Impfpflicht selbst könnte fallen. Wenn die von der Regierung beauftragte Expertenkommission dafür plädiere das Gesetz auszusetzen, werde man dem entsprechen. Die Impfpflicht sei für ihn, so der Kanzler, ein Werkzeugkoffer mit dem wir gegen das Virus arbeiten, und wir werden dann ein Werkzeug einsetzen, wenn es notwendig ist. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Tatsächlich schreibt das Impfpflichtgesetz in Österreich vor, dass eine regelmäßige Prüfung der Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe und die epidemiologische Notwendigkeit durch eine Kommission stattfinden muss. Wie dies genau ablaufen soll ist zudem nicht exakt geregelt und auch eine Kommission existiert hierfür noch nicht, genauso wenig steht aktuell fest, welche Experten darin sitzen sollen und ab wann das Gremium stehen soll. Endgültig abgesagt wurde zudem die geplante Impflotterie, bei der jeder zehnte Geimpfte einen Warengutschein über 500 Euro erhalten sollte. Für dieses Vorhaben fand die Regierung keine Institution, die die Aktion abwickeln wollte. Jetzt soll das für die Lotterie vorgesehene Geld dem Pflegepersonal und anderen durch die Pandemie besonders belasteten Gruppen zugute kommen. Aber kommen wir zurück zur allgemeinen Impfpflicht. Obwohl das Gesetz de facto seit Anfang Februar in Kraft ist, aber noch nicht durch die geplanten Kontrollen umgesetzt wird, sprachen sich in den vergangenen Tagen mehrere Landeshauptleute gegen die Impfpflicht aus. Die Taz berichtete hierzu. Als erster meldete sich letzte Woche Hans-Peter Doskozil zu Wort. Der Landeshauptmann des Burgenlandes attestierte der Bundesregierung aus ÖVP und Grünen völlige Planlosigkeit. Sie habe sich mit dem Impfpflichtgesetz in eine Sackgasse manövriert und agiert in der Umsetzung völlig planlos. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Auch Peter Kaiser, Wilfried Hasselauer und Thomas Stelzer plädierten dafür, das Gesetz auszusetzen und bis auf weiteres einen fehlenden Impfnachweis nicht zu bestrafen. Der sozialdemokratische Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sprach davon, dass sich weder auf den Intensiv- noch auf den Normalstationen eine Überlastung abzeichne, und plädierte dafür den Grundrechtseingriff zu überdenken. Auch der Landeshauptmann des Bundeslandes Salzburg Wilfried Hasselauer sagte im Detail folgendes. Zitat. Das Gesetz bleibt ja weiter, es wird sozusagen nur nicht scharf gestellt. Es ist wie ein Werkzeugkoffer, dieser ist vorhanden, derzeit ist aber das Gebrechen nicht da und daher braucht man ihn nicht öffnen. Zitat Ende. Hasselauer begründet dies mit dem Rückgang der Patienten auf den Intensivstationen und dass das Gesetz aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht mehr notwendig sei. Im Gegensatz dazu hält Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein an dem geplanten Vorgehen fest. Mit dem Blick auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst plädiert er für eine durchgeimpfte Bevölkerung. Infolgedessen drängte er auf eine sofortige Evaluierung der Verhältnismäßigkeit, noch bevor ab 16. März wie gesetzlich vorgesehen erste Kontrollen erfolgen sollen. Ab dann soll die Polizei bei Kontrollen zum Beispiel im Straßenverkehr an jene Menschen Strafen ausstellen, die kein gültiges Impfzertifikat bei sich tragen. Auch Generalmajor Rudolf Striedinger, der die Covid-Krisenkoordination GECO leitet, betonte zudem, dass man sich bereits auf den kommenden Herbst vorbereite. Er kündigte an, dass für dreifach Geimpfte bis dahin wohl eine vierte Auffrischungsimpfung nötig sein werde. Eine entsprechende Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung werde es ab Spätsommer bzw. Frühherbst geben. So wolle man bis dahin eine Immunisierungsrate von 90 Prozent in der Bevölkerung erreichen, um für mögliche gefährlichere neue Varianten gerüstet zu sein. Tatsächlich lassen sich in der Corona-Strategie offene Widersprüche erkennen. Zu einem beschließt man eine Impfpflicht und eine Verwaltungsstrafe für Ungeimpfte und auf der anderen Seite werden die Maßnahmen deutlich gelockert. Bereits am vergangenen Samstag wurde in Österreich unter anderem die 2G-Regel in allen Geschäften und in den Museen abgeschafft. Für die Gastronomie fällt die 2G-Regel an diesem Samstag, dann gilt wieder überall 3G. Eine Ausnahme bildet die Hauptstadt Wien, dort wird an der 2G-Pflicht in der Gastronomie festgehalten. Außerdem wird bereits kommende Woche die Maskenpflicht in den Schulen, zumindest am Sitzplatz entfallen. Auch am Arbeitsplatz herrscht keine generelle Impfpflicht. Manche Unternehmen wie die Austrian Airlines oder der ORF schicken die Ungeimpften allerdings ins Homeoffice oder in unbezahlten Urlaub. Aufrecht bleibt einzig die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen. Kleine Zeitung.at berichtete hierzu folgendes. Zitat Laut Kanzler Nehammer handle es sich hier um eine Vorphase zum nächsten Öffnungsschritt, um zu prüfen ob dieser auch vollziehbar sei. Man könne es sich aus jetziger Sicht leisten, langsam und mit Bedacht zu öffnen und wieder die eigene Freiheit zurückzugewinnen. Aber wir haben die Pandemie noch nicht überwunden. Zudem reicht 3G wieder für die Einreise aus Österreich aus sämtlichen Staaten, ausgenommen Virusvariantengebiete. Nehammer warnte zur Vorsicht, vor allem mit Blick auf den Herbst sei es wichtig das Infektionsgeschehen im Auge zu behalten. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Wird in Österreich die Impfpflicht auf Eis gelegt, bevor es überhaupt richtig losgeht? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience ist einander, was wir wissen, wie es chiếm vielleicht durch die Impfrische, Ja, so. volumerischen.